Gute Vital-Mobilisten, Camping-Freunde und Technik-Freaks, heute ist der Tag der Tage. Wir waren im Service Center von Detlefs und haben jetzt mittlerweile unser Fahrzeug wieder. Die Duschtase ist verbaut, so wie es eigentlich sein soll oder wie ich mir es gewünscht hätte. Da ist es leider nicht gelaufen. Wir mussten die Kohle an die Sonne packen und es wurde also nochmal Kohle los. Es war aber nicht ganz so tragisch, wie ich mir es erhofft habe. Das ganze Ding hat gedauert, also der Einbau selbst von der Duschtase hat gedauert 4,5 Stunden. Und ihr wisst ja, 3 Stunden bzw. Material und 3 Stunden Arbeitszeit hat Detlefs übernommen. Somit bleiben uns eineinhalb Stunden. Und die Dichtigkeitsprüfung habe ich logischerweise auch gleich machen lassen. Übrigens an alle Detlefs Fahrer, die Dichtigkeitsprüfung, wenn euer Händler mal sagen sollte, ein Monat vorher und ein Monat nachher, also nach der Erstzulassung, ist falsch. Ihr habt 3 Monate vorher, also vor der Erstzulassung, 3 Monate vorher oder 3 Monate nach. Da könnt ihr doch immer eine Dichtigkeitsprüfung machen, ohne dass euch irgendwelche Nachteile entstehen. Das hat mir Detlefs auch nochmal mitgeteilt. Und ich habe gefragt, weil unser Händler meinte immer, ja, ein Monat vorher und ein Monat nachher geht. Danach verfällt die Dichtigkeitsgarantie. Ist nicht so. So, kommen wir dazu. Wir haben die Duschtasse also verbaut mittlerweile. Jetzt muss noch die nächsten 24 Stunden, müssen jetzt noch ein bisschen Ruhe halten. Wir dürfen jetzt also noch nicht duschen, weil die Silikonnähte, die müssen jetzt erst noch ein bisschen austrocknen, das ganze Zeugs. Und dann geht es. Also nach 24 Stunden dürfen wir in die Dusche springen. Sagt er so. Ich habe gesagt, wisst ihr, habe ich zu ihm gesagt, wir haben jetzt ein halbes Jahr drauf gewartet. Dann kommt es auf die 2 Tage jetzt wirklich nicht mehr drauf an. Na gut. Gut, ihr wollt wissen, was es gekostet hat. Ich kann es euch sagen, inklusive der Dichtigkeitsprüfung hat der ganze Spaß gekostet. 275 Euro. Wir haben mit deutlich mehr gerechnet. So hat er es auch uns morgens noch gesagt. Wir müssen mit 1000 Euro rechnen. Und ja, wir sind nochmal mit dem blauen Auge davor gekommen. Und wir haben jetzt sogar wieder Garantie auf die Duschtasse. Und glaubt mir, ich werde peinlich drauf achten. Wirklich peinlichst. Ich werde jedes halbe, jedes halbe Jahr werde ich ein Check-up machen da hinten dran. Das glaubt mir mal. Das glaubt mir. Und das passiert mir nicht nochmal. Gut. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir einen beiden Daumen nach oben. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Denn mein Kanal ist Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan. Ich sage Ciao. Bye-bye. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssli. Bye-bye. 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 Vielen Dank.